Ken, ich will sofort ein neues Auto. Ach Barbie, du hast doch erst vor drei Tagen ein neues Auto bekommen. Wir können nicht so viel Geld auf einmal ausgeben. Das ist doch wohl vollkommen egal. Nein Barbie, das geht nicht. Hi Süße, na? Hi Maus, was ist denn los bei dir? Ach Ashley, ich bin traurig, weil Ken mir kein neues Auto kaufen will. Außerdem ist mein Auto schon drei Tage alt. Barbie, hast du denn schon mal etwas von einem Kredit gehört? Nein, was ist das? Okay, ich erkläre es dir. Angenommen, dein Auto kostet 50.000 Euro. Die Wand zahlt dir und Ken die 50.000 Euro aus. Im Gegenzug bezahlst du das geliehene Geld plus 2% Zinsen an die Bank zurück. Nun war Ken bereit, Barbie ein neues Auto zu kaufen. Gruppenarbeit von Rebecca, Thea und Annie. Wir hoffen, es hat euch gefallen.